Du fragst dich, welcher AMD Ryzen 7000 Prozessor der richtige für dich ist? Wir vergleichen heute das gesamte Lineup und helfen dir, das perfekte Modell für dich zu finden. Hier ist das komplette Lineup der Ryzen 7000er Serie. Von Ryzen 5 über Ryzen 7 bis hin zu Ryzen 9. Und das inklusive aller F, X und X3D Modelle. Aber was bedeuten eigentlich all diese Bezeichnungen? Keine Sorge, wir erklären dir Schritt für Schritt, was du für deine Entscheidung brauchst. Lass uns mit den Grundlagen beginnen. Welche Vorteile habt ihr davon, die ARM5 Plattform zu wählen? Die Ryzen 7000er Serie nutzt die neuesten Zen 4 Kerne und den ARM5 Sockel. Das bedeutet die Unterstützung für modernste Technologien wie DDR5 Arbeitsspeicher, PCIe Gen 5 und WiFi 6e. Schauen wir uns die Namensgebung einmal genauer. Die erste Ziffer, in diesem Fall die 7, steht für die Generation. Die zweite Ziffer, wie zum Beispiel die 9, steht für die Leistungsklasse. Und dann gibt es noch die Zusätze, wie zum Beispiel das F, was für eine CPU ohne integrierte Grafik steht. Das X, was vor allem für einen erhöhten Kerntakt, also mehr Leistung steht. Und dann das X3D, was für den gestapelten Cache mit höherer Kapazität steht, der vor allem in 3D-Anwendungen extreme Vorteile bringt. So, das war genug zum Hintergrund. Jetzt gehen wir ins Detail und gucken uns alle Modelle gestaffelt nach Leistungsklasse und Anwendungsgebiet einmal genauer an. Die Ryzen 5 Kategorie eignet sich perfekt für Office-Anwendungen oder das gelegentliche Spiel und umfasst die Modelle 7500F, 7600 und 7600X. Alle Modelle der Ryzen 5 Kategorie haben sechs Kerne und zwölf Threads und die maximalen Taktraten liegen zwischen 5 und 5,3 GHz. Die Ryzen 7 Kategorie umfasst den 7700, 7700X und den 7800X 3D und richtet sich vor allem an fortgeschrittene Nutzer oder Gamer, die etwas mehr Performance aus ihrem System holen wollen. Alle Modelle der Ryzen 7 Kategorie haben acht Kerne und 16 Threads und haben maximale Taktraten von 5,3 bis 5,4 GHz. Kommen wir ins High-End und Profi-Segment mit den CPUs der Ryzen 9 Kategorie. Hier haben wir den 7900, den 7900X, den 7900X 3D, sowie den 7950X und den 7950X 3D. Die 7900er Modelle haben zwölf Kerne und 24 Threads, während die 7950er Modelle 16 Kerne und 32 Threads haben. Die maximalen Taktraten liegen zwischen 5,4 und 5,7 GHz. Die Auswahl der CPU bestimmt auch die Auswahl eures Mainboards und des Chipsets. Lass uns jetzt einen genaueren Blick auf die Mainboard-Kategorien und Chipsets werfen. Fangen wir im Einsteiger-Segment an. Für budgetorientierte Systeme und einfache Anwendungen ist das A620 Chipset die beste Wahl. Er unterstützt DDR5 RAM und grundlegende Funktionen wie PCI Gen 4 für Grafik und Speicher. Das ist perfekt für Ryzen 5 Nutzer, die einen kostengünstigen, aber trotzdem leistungsfähigen PC bauen wollen. Die B650 und B650e Modelle sind eine perfekte Mittelklasse. Wie schon beim A620 Chipsets werden hier DDR5 und das Expo-Profil unterstützt. Allerdings hier noch ergänzt um PCI Gen 5, damit ihr die neuesten Grafikkarten und Speicher wie NVMe SSDs mit ihrer vollen Kraft nutzen könnt. Diese beiden Chipsets sind perfekt geeignet für Ryzen 7 Modelle und fortgeschrittene Nutzer, die eine solide Leistung zu einem vernünftigen Preis haben wollen. Für High-End Systeme, die maximale Leistung und Zukunftssicherheit bieten sollen, sind die X670 und X670e Modelle optimal. Beide unterstützen DDR5 RAM und PCI Gen 5. Was die X670 Serie weiter abgrenzt, sind unter anderem mehr Anschlussmöglichkeiten, mehr Optionen für Enthusiasten, wie speziell fürs Overclocking, bessere Audio- und Netzwerk-Hardware. Fassen wir zusammen. Die Ryzen 7000er Serie bietet für jeden Nutzer die richtige Lösung. Die Ryzen 5 Modelle sind ideal für preisbewusste Käufer, die gute Leistung für alltägliche Anwendungen und für Einsteiger Gaming suchen. Die Ryzen 7 Modelle bieten eine ausgezeichnete Balance zwischen Preis und Leistung für fortgeschrittene User und Gamer. Um die maximale Leistung aus anspruchsvollen Anwendungen wie Gaming, Content Creation oder professioneller Software zu holen, sind die CPUs der Ryzen 9 Kategorie die beste Wahl. Ein weiterer Vorteil der Ryzen 7000er Serie ist die Zukunftssicherheit des AM5 Sockets. Dank Unterstützung von DDR5 RAM, PCI Gen 5, Wi-Fi 6E und einer langen Unterstützung des AM5 Sockets kannst du dir sicher sein, dass dein System auch für die kommenden Generationen der CPUs und modernste Technologien gerüstet ist. Egal ob du ein Budget Gamer bist oder ein High-End Anwender, es gibt garantiert eine AMD Ryzen 7000er CPU, die genau zu deinen Anforderungen passt. Wir hoffen, dieser umfassende Vergleich hilft dir bei der Auswahl deiner neuen AMD Ryzen CPU und des passenden Mainboards. Teile uns deine Meinung in den Kommentaren mit und abonniere unseren Kanal für mehr Videos. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, dein eigenes Ryzen 7000er System zu konfigurieren, dann besuche einfach unseren Online-Shop und leg direkt los. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.